so hallo ganz kurzes video so geht hier schutz so den einsatz für den tierschutz das ist der liebe markus von eifel bursche gerne mal abonnieren toller kanal er selber tiere bin ich kümmert um ponys schafe hühner und und so weiter und so weiter einfach mal am besten abonnieren und immer mal nachschauen was er da macht es wollte ich gerade sehen schutz für sein pony bis an etwa drei ponys das sieht schon mal das größere genau das ganze mal an eine gute idee windschutz in eifel ist wichtig klasse er geht durch spiel den tieren um diese ponys stehen da die hühner laufen frei rum maulwürfe dürfen graben wie ich im anderen artikel anderen beitrag eben schieben klasse typ klasse familie gerne ab oder lassen würde ich freuen danke ist dann job